Von unseren sieben Gebärzimmern verfügen drei über eine Badewanne. Das warme Wasser wirkt entspannend und kann auch schmerzlindernd sein. Darum versuchen das schon viele Frauen zu Hause aus. Wenn die Geburt gut vorangeht und Sie sich wohlfühlen, dann spricht nichts dagegen, auch im Wasser zu gebären. Wir versuchen, alles möglich zu machen, dass, wenn Sie eine Badewanne wünschen unter der Geburt, dass Sie diese auch bekommen. Vielen Dank.